halli hallöchen und herzlich willkommen zurück zur zweiten episode von let's play gta4 im multiplayer modus wir befunden uns im deathmatch befunden uns im deathmatch und zwar sind wir gerade im gefängnistrakt und müssen jetzt so oft wie möglich den anderen spieler ausradieren und genau ich habe eingestellt dass noch leute mit dem spiel joinen können und hier ist ein typ gejoint so wir müssen jetzt also so oft wie möglich den anderen töten ich habe eigentlich ausgestellt dass die symbole nicht angezeigt die werden doch auch die symbole angezeigt oder was für symbole wo die waffen sind ich tun nicht ja unten links auf der karte ach so ja okay ich glaube die spieler sind dann ausgestellt ich dachte die die waffen werden nicht ach egal alter jetzt geht es aber los ich habe nicht gedacht das ist noch ein paar join ich will waffen ich habe da ein bisschen angst ehrlich gesagt weil gleich irgendjemand auftauchen wird ich habe eine schrutt ich meine ich habe keine waffe ich habe keine waffe scheiße hier ist die ach da bist du war raffi das ist ein deathmatch alter wo bist du meine frames gehen runter wow die sind alle wieder raus du ja wir müssen du musst mich schon finden das ist nicht mein problem sehr gut so leute jetzt wird spannend ich freue mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen weil ich für den multiplayer modus von gta 4 eigentlich schon ziemlich cool wobei der pc port wie schon gesagt ein bisschen doof ist wegen dem ganzen windows live gedöhnt was ja gar nicht mehr unterstützt werde eigentlich wo bist du alter können wir eigentlich den trakt verlassen ich glaube es geht gar nicht so über wo bist du ich habe dich gerade von einem einen stützpunkt aus gesehen aber ich bin immer noch nicht ja es geht darum wie oft die uns gegenseitig töten huch ich habe gerade von steam die nachricht bekommen man kann ja jetzt spiele mit angucken von anderen ja hat er mich angezeigt oder was ne irgendein wildfremde hat mich gerade auf steam gefragt ob er mir zuschauen will ja klar das ist ja strange wo bist du alter es ging auf einmal das licht ist voll weißt du besonders ich habe abend eingestellt es ist doch nicht abend hier oh gott du dreckiger mistkerl du hast dich selbst getötet alter ist du blöd okay wo bist du hast du deine verloren kann ich da rein da bist du hast du tötest etwas richtig spannend gerade weil wir uns nicht finden ja wie gesagt leute also in den späteren episoden werden dann auch mal ein paar leute mehr dabei sein aber für die heutige aufnahme ja was macht das eben so moni wo das bin ich scheiße ich bin richtig schlecht beim zielen jawohl ich muss mir angewöhnen ich muss mir angewöhnen rechtsklick zu drücken so leute und es geht ein endeffekt darum wer am meisten geld hat ich habe jetzt 100 dollar für den kill bekommen dann noch mal zwölf dollar weil ich das geld aufgesammelt habe das heißt wer am ende am meisten geld hat gewinnt wie im kapitalismus oder so ähnlich scheiß kapitalisten ich habe dich gerade gesehen ja wusste ich doch da bist du seh dich noch gar nicht nachher ja scheiße ich sollte mal lieber weg hier weil hier kannst du mich leicht abschießen ich weiß wo du bist nein nein ich bekomme 100 dafür man ich bin so alter das habe ich aufgesammelt ah ah wo sie man eigentlich die hp sind ist das grüne balken ja boah wie die texude hier backen alter ist gar nicht schön leute gehen bei mir die frames ein sollte man aber nicht so stark auf youtube merken für mich ist das halt noch krasser habe ich normalerweise mit mehr frames spiele als ich aufnehme jetzt Geht's wieder. Scheiße, das ist noch besonders. Ja, ich will eine andere Waffe. Oh. Das ist nice. Bestimmt die Überwaffe des Todes. Wenn ich die jetzt schießen würde, wüsstest du sofort, wo ich bin. Alter, jetzt komm mal raus. Die Runde geht nur 15 Minuten, ne? Ja, ich laufe schon auf dem Platz. Und ich führe mit einem Dollar. Alter, mit einem Dollar. Ich hab jetzt einfach vor dir weg. Ja, ich führe mit einem Dollar, Mann. Wenn du wegläufst, gewinn ich. Ey, warum wirst du... Ach, scheiße. Fuckst du dir doch an. Ich hab gedacht, du hast nur noch einen Dollar, deswegen. Klar. Ach, leck mich doch, Alter. Oh, es ist einer beigetreten. Lass töten. Alter, lass, lass die, ja. Oh, hier gehen wieder die Frames ein. Alter, ist ja schlimm. Aber die Map ist schön. Wir sind hier gerade so auf einer Gefängnisinsel. Ja, okay, ich finde Gefängnisse auch schön. Da ist er. Wir sind schon erotisierend. Nein, du. Oh. Wow. Was war das, ey? Wie du rumgehüpft bist, Alter. Schön. Ist einer auch noch drauf? Dann lass den mal töten. Ja, ich hab grad gedacht, du hast den anderen gesehen, deswegen. Ja, hab ich auch gedacht, das wär der. Ist noch einer beigetreten. Können die mal da bleiben, wenn sie schon hier sind? Ist ja schlimm. Ach komm. Das darf ich nicht da. Ist noch einer beigetreten. Alter, die Runde endet in sieben Minuten. Ist geil, dass jetzt alle auftauchen. Hier ist Geld. Wieso auch immer hier ist Geld. Ich glaub, es war von dir. Von deiner Leiche. Alter, wie die Texturen hier rumbacken. An meine Zuschauer, ey. Das ist jeder ich. Ach, was ist der hackt? Ne, der hackt. Ne. Ich würde... Nein, ich bin runter. Fuck. Gefallen. Raffi, Raffi, der hackt. Alter, was ist denn los? Wir sind zu sechst. Was ist denn da los? Jetzt töten die bestimmt alle mich, weil die am meisten... Fuck. Ich führe nur noch ganz leicht. Hör mal auf, sich töten zu lassen. Oder wer auch immer. Komm mal auf. Töt den Mal, Tuber. Nein. Wohl auf zu sterben. Jawohl. Erfolg. Ich habe einen Erfolg freigeschaltet. Alter. Das war das eben. Bin ich nervös. Immer so ist immer... Das noch einer. Schnell. Und ich habe noch einen getötet. Ja. Sehr schön. Ich führe immer noch... Wo bist denn du? Weiß ich nicht. So, Leute. Wir haben die Runde übrigens auf 15 Minuten eingestellt, wer ist noch nicht wusste. Ich wusste es. Ja. Ja. Ich weiß nicht mal wie. Ich weiß nicht mal wie ich das gemacht habe. Was ist denn los heute? Ich habe voll den Lauf. Okay. Noch 7 Minuten 30. Gut, Herr Perfor... Alter, was machst du denn? X. Du perverser. Perforierte. Das steht bei dir schon noch die ganze Zeit, ne? Ja. Das steht natürlich. Die ganzen Tode. Natürlich, ich habe es doch gesehen, als du die ganze Zeit gestorben bist. Ach echt? Wisst ihr, Leute? Wir haben... Hä? Wo kommen die alle her? Das sind Passanten. Ich habe ja schon eingestellt... Ich habe schon eine relativ kleine Strecke hier eingestellt zum Spielen. Ne? Nur die... Nur diese Gefängnis. Alter. Nein. 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 Tot. Ich habe es gesehen. Sag ich so. Töte es. Ich habe nicht so... Oh fuck. Mein Vorsprung ist nicht so groß. Ich will den ausbauen. Ja, Leute. Also ich hatte eigentlich eingestellt, dass die Waffen... Dass die Waffen nicht auf der Karte angezeigt werden, aber... Das ist doch scheiße. Warum treffe ich die nicht? Das war eine ziemlich dumme Wahl für eine Waffe. Ich bin auch die Bazooka dabei. Ach, hier liegt Geld rum von dir. Nein! Mann, bin ich blöd. Das war jetzt blöd von mir. Ja. Dass ich einfach frei rumlaufe. Och. Ey, wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt gelandet? Ach Gott, wir müssen uns beeilen. Tüber, noch sechs Minuten. Fuck. Ich wurde überholt von Superzelle. Töte Superzelle. Schnell. Nö. Und noch anders beigetreten. Ach komm. Ich habe einfach reingeschossen, Alter. Was war denn das eben für ein Scheiß? Was ist das? Oh, ich bin zu schlecht. Bin zu schlecht im Schießen. Richtig schlecht. Also. Ist einfach draußen knapp. Oh, ich habe gerade eine schöne Waffe gefunden. Alter Schwede, ey. Was ist denn das? Ja, genau. FPS geht noch mehr runter. Ja. Bist du denn da? Wobei die meistens auf 30 sind. Ja, geht sogar. Ja, ja. Ja, ja, ja. Das war jetzt wieder ziemlich blöd, dass ich hier bin. Ich sehe da gerade einen. Ja, dich. Fünf Minuten noch. Oh, die Superzelle führt. Superzelle führt da. Sehr schön. Ich brauche eine andere Waffe. Oh, backen bei dir die Texturen auch so schlimm, dass auf einmal was aufploppt. Weiß nicht. Ich sehe die Texturen gar nicht. Ach, hast du so niedrig eingestellt? Ja. Siehst du das Spiel quasi gar nicht? Ja. Für mich ist das Spiel Spiel. Okay. Wow. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe immer noch. Ich bin tot. Ich bin schön geflogen. Guck mal, ich lebe immer noch. Ich bin auf dem Dach gelandet. Ich bin auf dem Dach gelandet. Ja, ja. Du hast aber gut aufgeholt. Alter, was soll denn das? Ach man, das tönt denn nochmal. Ja, der war hinter mir plötzlich. Wir haben keine Zeit für diese Spielernschen. Ich hasse geht ja. Nee, scheiße. Werde ich jetzt auch behaupten? Das ist eine Waffe. Nee, das war ein Cocktail. Also ein Mollkopf-Cocktail. Das ist eine Waffe. Achso, du hast ihn getötet. Ich dachte, du wärst gestorben. Ich dachte schon. Hä? Da ist einer aus dem... Da ist einer draußen. Da hat sich einer einen Wagen geschnappt. Ich weiß nicht mal, ob er das darf. Ich gehe mal kurz raus und töte. Ist das legal? So. Ja. Und die Granate hat mich getötet. Du schön. Du hast jemanden beendet. Der ist aus dem Level heraus. Der ist aus der Map raus. Deswegen habe ich den getötet. Boah, Superzelle. Führt richtig. Oh, was? Was? Alter. Hä? Hä? Wieso bist du gestorben? Der Schöne war mich gegen die Wand geschleudert. Oh ja, ist das schön. Jetzt, jetzt töd den mal. Ich komme nicht mehr zu dem hin, der bringt Raketenwerfer. Also fürs nächste Mal muss ich hier echt was umstellen. Ist irgendwie scheiße, wenn man hier alles auf der Karte sieht. Oh, fuck. Ja. Da ist einer. Wow. Hey, Rocky. Ah, das bist du. Ja. Ich hab' dir wohl zur Schutzwester an, ne? Und ich bin tot. Boah. Viel Zeit haben wir noch. Zwei Minuten schon 40. Glaub ich auch außerhalb der Map. Oh. Nicht, falls mit dem Auto weg. Tschüss. Das ist dein Ernst. Ja. Hilf mir doch. Kann ich mit dem Auto jetzt gehen? Wow, was war das? Alter, Scheder. Ja, das geht. Ach was. Ich bin mit dem Auto im Gefängnis. Ich bin hinter dir. Wow, das war knapp. Das war knapp. Du hast dich fast erwischt. Da gibt's Autos. Okay. Alter. Was machst denn du? Ich hab' nen Auto. So, ich bin drin. Das ist einer. Da ist einer. Töte ihn. Ah. Ach, wie? Ich verarschen. Komm, geh da weg. Was ist das? Ja, ich führe. Lass mich, lass mich dich doch mal töten. Und dann bin ich wenigstens der Gewinner, ey. Schnell, komm her. Wir haben noch eine Minute. Oh, ja. Sorry, Leute. Wir sind gerade ein bisschen scheiße drauf. Wie weiß. Oh, das sind wir kacke, ey. Der Wagen steht übrigens immer noch da. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Nein. Nein. Oh, das ist gerade so geil. Ich feiere das ein bisschen. Ja, ich führe. Sehr gut. So, ich hörte mal noch ein paar Leute, ne? Ja. Weißt du, damals bist du gar nicht mal so schlecht, ne? Also du bist der Beste von den Schlechtesten. Cool. Oder so. Was häng ich mir jetzt übers Bett? Ich bin der Beste von den Schlechtesten. Oh. Sehr gut. Okay, die Runde geht nur noch eine Minute. Hier legt mein Geld rum. Cool. Das nehme ich jetzt erstmal mit. Aber das ist trotzdem so schade, dass es so wenige sind. Stell dir mal vor, das wären 32. Ich 34. Ne, 32. Das wird richtig abgehen. Da oben. Da oben. Weißt du, ich höre hier irgendwas. Der ist über mir, der Typ. Der hat ja gerade... Ach komm. Das ist doch fass in das Spiel. Alter. Das sind... Da geht gerade voll der Fight ab. Alter. Da fliegt die Leiche. Boah. Das hättest du sehen sollen. Da war gerade so ein Fight da oben. Oh. Fuck. Auch nicht mehr tot. Oh. Fuck. Fuck. Der fährt schon wieder. Und die Runde geht nur noch 20 Sekunden oder so. 20 Sekunden. Juba, komm her. Ich muss dich schnell töten, dass ich gewinne. Schnell. Schnell. Zehn Sekunden. Jetzt hilft mir doch. Ach man. Ich habe was gewonnen. Fünf. Dier. Drei. Zwei. Eins. Und das war's. Oh man. What the fuck is. Ah. Nice. Juba. Okay. Hab's gehört. Ist der Chat aktiviert, ne? Hören die mich? Ich glaube nicht. Wir verlassen das mal besser. Okay. Ja, Leute. Ich würde sagen... Was kann ich eigentlich noch machen? Ach, ich kann weiter. So. Alter. Ich hab den Chat deaktiviert. Na gut, egal. Also Leute, ich würde sagen, das war's dann für den zweiten Part von Let's Play. Die hören mich nicht, oder? Ne, ich glaub nicht. Hallo? Tjuba. Tjuba hat sich schon wieder stumm gestellt. Ja, das war's für den zweiten Part von GTA 4. Multiplayer-Modus. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann noch ein herzliches Tschüssi. 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 Tschüssi.